Hey Leute, was geht ab? Dennis am Start. Mit dem quietschenden Stuhl, wie immer. Und Dominik ist auch dabei, der endlich Battlefield 3 geholt hat. Stell dich mal vor, Dominik. Nö, leck mich am Arsch. War es ja jetzt so noch nicht auf meinem Kanal zu sehen. So, hier sieht man es. Achso, ja das stimmt natürlich. Da, wir sind in einer Party, da sieht man noch erst, gerade mal Level 2. Aber der hat schon gut Punkte gemacht. Ähm, ich hab das auch erst seit heute. Ja, der hat sich das erst heute geholt, aber, naja. Was haltst du denn bis jetzt eigentlich vom Battlefield? Wie findest du das bis jetzt so? Ich muss sagen, das ist von der Grafik zwar besser als Modern Warfare, aber... Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin noch... Ich hab ja jetzt erst, weiß ich nicht, drei Stunden oder so gespielt. Ähm, kann ich später erst sagen. Okay. Ich sag's am Ende dieses Kommentarisch hier. Ja, alles klar. So, jetzt suche ich mal eine gute Lobby. Äh, am besten Operation Metro. Äh, so. Gehen wir mal rein. Ja, wir haben vorhin auch noch mit einem anderen Kollegen gespielt, mit dem Timo. Dem Arschloch, so wie ich ihn gern nenne. Aber der ist jetzt leider weg. Der kommt abends wieder. Vielleicht machen wir mit dem auch noch mal was. Und die Gameplays, ähm, also ihr seht jetzt meine Sicht. Und wenn ihr die Sicht von Dominik sehen wollt, werde ich in die Videobeschreibung tun und könnt ihr bei ihm vorbeigucken. Ja, wie ich jetzt ablosen werde. Na, komm, ablosen. 13 Kills hatte ich, das höchste, was ich mal hatte. Ja. Und das war, weil wir auch alle Flaggen eingenommen hatten. Ja, immer gleiche Ecke gespawnt waren. Aber waren solche Noob-Tuber da? Ja, also Leute, das war im Gegnerteam. Wir waren locker acht Tuber. Okay, wir werden hier Dauer beherrscht, also... Warte. Squat. Ne, ja doch, Squat-Team. Welches nehmen wir denn mal? Ach, du bist schon im Main drin. Ja. So, okay. Weiterspielen, was nehme ich denn jetzt mal? Ich benutze... Soll ich Sturmsoldat, oder? Ich benutze den Sturmsoldaten. Du kannst dir aussuchen, was du spielst. Nehme ich auch mal. Mit meiner Sprotflinte. Okay. No Spam-Kill, ja, schön. Ich gebe dir einen Tipp, schiebe mit der Sprotflinte einfach aus der Hüfte. Du brauchst nicht ins Visier rein, okay? Hm, vielleicht. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin direkt hinter dir. Und Leute... Du bist vorm... Ja. Wir werden... Ich bin hinter dir. Wir werden diese Runde hochladen, egal wie es ausgeht. Egal, ob wir verlieren oder gewinnen. Ne, direkt so die erste Aufnahme. Das hochkommt. Ja, was ist... Ja, die erste Aufnahme für mich für diesen Spiegel. Oh, dahinter dir kommen welche, Dominic. Boom, 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 boom. Da, auf! Ey! Du brauchst mich nicht anleuchten. Und ich kann euch... Ich bin flex, Tronke. Ich kann euch eins sagen, die Qualität wird definitiv beim Dominic höher sein vom Video. Glaube ich nicht. Da er... Ach, Moment mal, ich glaube, es haut bei mir. So, da er mit der Elgato aufnimmt und die nimmt halt eine etwas bessere Qualität auf. Aber so schlimm ist das ja nicht. Ist eigentlich fast nichts zu unterscheiden. Leul, hier schwebt eine Leiche. Wo, 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 wo? Ich komme, ich komme auf. Oh, da ist jemand, da ist jemand, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Oder? Ey, du sollst nicht... So, jetzt kommen wir mal hier rein. Jetzt ist er weg, nein. Oh, jetzt geh ich hier einfach. Lass mich hier rein. So, das war die Nate. Oh, 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 oh. Ich komme nach dir hoch, glaube ich. Bist du oben noch, wo ich gerade gekillt wurde? Äh, ja, ich bin hier oben im Haus. aber ich gucke hier wer ist denn das so das ist einer aus unserem Team so ist das ein Ferkel da ist in der Wand drin wir probieren jetzt mal weh eins zu nehmen ah warte ich komme hierher warum zieht mir das was ab? seid ihr blöd? ah da ist einer hallo hallo einfach aus der Hüfte und bam 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 hast du Punkte gekriegt? hm 73 hallo oh scheiße ja was hat der der hat ne PP 2000 was ist denn jetzt passiert? der hat ne PP 2000 ich glaube ich wurde rausgeworfen ja? ne warte warte der will mich auch nicht er muss einfach nur nach mir kommen ne ne wenn ich rausgebannt werde dann bin ich komplett gebannt aus dem Sur ach lass dem jetzt einfach die Aufnahme weiter laufen du wurdest von dem Admin ausgeschlossen ich glaube weil ich die getötet habe ja dann geh auch mal du raus dann lade ich dich vielleicht ein ja hab ich ja hab ich ja schon lange gemacht ach du scheiße ich hasse solche Admin's nur weil man die mal tötet dass die sofort einen bannen ja echt das sind voll die Schwuckeles Schwuckeles so ich hab dir die Einleitung gesendet musst du noch annehmen ah ja ja geh auf Einleitung bitte ja auf die Einleitung ne jetzt bei mir ist oh ich dachte bei mir stehen geblieben und das 10 Stunden Live Commentary mit den vielen Emotionen und alles rum und dran wird mit dem Dominik stattfinden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ähm kommt er nach mir und ja so 20 plus so mach ich dich dann fertig wir wollen auf Operation Metro so ja ja zack Ich werde jetzt, bevor ich dieses Video hochlade, werde ich ein Call of Duty Gameplay hochladen mit Musik dahinter und schreibt mir dann mal bitte, wie ihr die Quali davon findet, weil das wäre für mich schon sehr wichtig. Call of Duty oder wie? Call of Duty. Ja. I. Von Call of Duty werde ich das dann da hochladen. Dann könnt ihr mir ja sagen, wie ihr die Qualität findet. Darf ich auch, darf ich auch, darf ich auch? Na klar. Nein, Spaß. Wenn du auch willst, kann ich dir diese Color Correction zeigen. Warte mal. Ja, ich habe eine dritte Waffe. Bist du denn in meinem Team? Die K2002 nehme ich jetzt. Oh, du bist im Gegner-Team, oder? Nee, boah, nee. Nee, warte mal. Wie kann ich das wechseln? Geht nicht, Teams sind voll. Das heißt wohl 1 gegen 1 hier. In welchem bist du denn? Ich bin im Gegner-Team. Ich bin bei A. In keinem School. Delta Alpha bist du, oder wie? Nee. Ich bin, äh, wir sind keine, äh, du bist im gegnerischen Team. Ja, so, so läuft das heute, Alter. Ja, also so läuft das, du gegen mich. Und wir werden mal gucken. Ja, mal, willkommen. Wir werden so gucken, wie lang wir das jetzt machen. Vielleicht nehmen wir eine Stunde jetzt auf, oder zwei. Liegt daran, wie wir, ja, Runde zu Ende, ich sag mal, das war es total. Nein. Mein Team hat, mein Team hat, mein Team hat verloren, jawohl. Mein Team hat, 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 mein Team hat gewonnen, wie es auch mal passiert ist. Äh, 0, 0, 0. Und, also. Du hattest einen Kiel noch gemacht, wie hast du das denn gemacht? Ich hab die, ich hab die, jawohl, hier seht ihr meine Klasse. Goll, ich hab, glaub ich 10, ich hab, ich hab 200 gekriegt, 200 gekriegt. Ja, wir haben die Runde so schnell gewonnen, weil ja meine Dominanz klar zu erkennen war. Ja. Ja, kannst du jetzt nicht irgendwie nach mir rüberkommen? Äh, wenn die Runde beginnt, danach kann ich zu dir rüber. Ja, gut. Guckt euch das an, Alter. Weitest nach Kopftreffer, 2 Meter in dieser Runde. So. Ja, jetzt hab ich wenigstens eine bessere Schnellschusswaffe. Was hast du denn jetzt? Die, äh, wie hieß die? Irgendwas mit 2002. Ah, die KH 2002, die ist gut. Mhm. Ähm, die schießt immer zwei Kugeln oder so, oder? Ja, weiß ich nicht, hab ich ja noch nie ausprobieren dürfen. Du weißt, wie man Klassen anpasst? Ja, klar weiß ich dann. Ähm, dann nimm auch den Defibrillator mit. Was, äh, iiih, pfäh, alters Ferkel. Weil, damit kannst du Leute wieder blämen und dann, ach, Alter. Dann kriegst du halt die ganzen Punkte. Warum die Map? Ja, weil das ein komischer Junge ist. Ich kann schon glaub, ich weiß, ich glaub, warum diese Map. Ich glaub, der hat, ähm, sexuelle Probleme. Und, äh, deshalb, ja, diese Map. Ja, glaub ich auch. Ach, war das nicht... Welche war das denn, wo wir auf dieser Insel auf dem Berg da rumgeschimmelt haben? Warte. Okay, kannst du rüber zu mir? Du kannst rüber zu mir. Das Team wechseln. Du kannst das Team wechseln, Dominik. Ja? Wo? Ähm, du gehst Start und dann Squad und Team. Und dann ganz unten steht da Team wechseln. Nee, hier steht nur Squad verlassen. Ach. Warte. Start. Äh, nee. Server-Einstellung, Option. Nein, Squad und Team. Da drauf gehst du dann. Und ganz unten steht Team wechseln. Nee, bei mir steht das nicht. Ach, da. Danke für die Fahrt, mein Freund. Team wechseln, ja. Ja, hab ich. Ich mach dann mal für uns beide gleich einen Squad. Komm einfach in keinen Squad. Ja, das ist... Ja, dann kannst du aber nicht bei mir spawnen und alles. Ach so, dann mach mal eben da einen. Ich mach sofort einen. Warum? Ach, kann ich ja gar nicht. Ich hab dir in Charlie, nee. So, ähm, Squad-Teams. Da ist doch Bravo. Lass nach Bravo. In das Squad-Bravo. Bin ich. Bin ich jetzt auch. Na jetzt? So. Ich geh dich zurück. Ich geh dich dann mal abholen mit dem Fahrzeug. Ah, warte hier. Okay, so. So, und so. So, am MG? Ja. Dann viel Spaß, okay. Knall den Gegner richtig schon ab. Und ich geb mal Gas. Da oben ist ein Heli. Kalt den ab. Warning, 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 Warning. Hinter uns ist einer. Ey, oh, hallo. Oh, ach da. Hopp, das war die Nate. Ich glaub, hier auf der Map kann man nicht gut mit einer Schrotprinze spielen. Hab ich doch gar nicht. Ich glaub, für mich. Muss ich eine andere Waffe benutzen. Soll ich mal auch mal mit der KH2000 spielen? Ist die gut. Weiß ich nicht, ob sie gut ist. Ich hab noch keinen damit aufgeschraubt. Ich hab auch noch nicht damit einen Kill gemacht. Das spiel ich mal mit. Ach, wer braucht denn hier nur... Ach, du. Ach, hinter dir. Das ist eine Zweischusswaffe. Ja. Ja, aber die ist stark. Du brauchst zweimal auf ihn schießen an das Erbot. Gut. Wenn da hin, da ist ein Gegner direkt links. Oh. Hol ihn dir. Links, 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 links. Er weg wird. Unten, unten. Ja, toll, Arsch. Du bist tot? Ne. Gut, ich brauche noch. Nicht sterben. Ach, jetzt kommt einer. Stray to. Hey, ich bin in... Oh, jetzt bin ich tot. Ja, du kannst bei mir im Helis bauen. Ja. Was dir die P90 gehabt hat. Holographisches Visier. Laserpoint, Schalldämpfer. Der schießt dann nur aus der Hüfte mit der Waffe. Weil wenn du einen Laserpointer auf deiner Waffe hast, wird die Genauigkeit erhöht. Spring raus. Kreis und dann X. Ich bin in Warnung. Scheiße. Egal, du fliegst noch rüber. Du schaffst noch. Siehst du? Jawohl. Hier sind nämlich... Au, au. Was ist passiert? Ich wäre fast in... Was wäre ja gar nicht so schlecht gewesen. Nimm das Medikip. Ihr werdet ja sehen, wo ich hingeglitscht bin. So, ich habe... Ein Jeep. Soll ich dich abholen, komm. Wo bist du denn? Ja, ich sehe dich ja noch nicht mal. Warte, ich komme zu dir. Achtung an alle Soldaten. Ach da, 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 da. Und hinter den... Ist ja geil. Ja. Fahr ich jetzt nicht. Das Teil ist so langsam, ja. Warum kann ich nicht schießen? Am besten gehe ich hier hoch. Oh nein. Ey, du bist neben mir. Ja? Jetzt sitzt du nicht mehr neben mir. Ich will nämlich einen höher. Warum kann ich nicht schießen? Oh. Warum kann ich nicht schießen? Hallo? Oh. Ne, ich wollte doch gar nicht ausschalten. Er attackiert den Panzer. Au. Der hat mich überwalzt. Jawohl. Kein Abgehörig. Thermal. Thermaloptik. Kannst du ja bei mir spawnen. Schon wieder? Hm. Aber nicht fahren. Nicht fahren. Ach, doch. Aber ich kann fahren. Ja, dann steig mal ein. Denkst du, ich fahr mit dir mit? Hinten, steig aus. Da ist einer. Na, genau. Oh ey. Das habt ihr jetzt alle gesehen, wie oft ich auf den draufgeballert hab. Gibt's ja nicht, ey. Der hat eine L86A2 gehabt. Macht nichts. Ich komm nach dir. Ich komm nach dir. Oh, dein. Hallo. Ich zieh sie auch auf. Da hab ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Und da klingelt's bei uns an der Tür. Das macht auch nix. Habt ihr das gesehen, Freunde? Habt ihr das gesehen? Jawoll. Hallo. Mein. Mein Block hier. Mein. Oh, da oben. Alter, die KH2000 ist geil, Dominik. Mein Block. Mein Block. Mein Block. Meine Mutter. Oh, Waldmuster-Tarnung hab ich gekriegt. Hallo? Oh. Du. Du, äh. Two-Star-Doc. Jawoll. Oh. Und wo kam der denn, die Schweinebacke her? Bis jetzt also. 94 wieder. Ach, das ist wieder der. So. Der hat mich schon dreimal getötet. Diese alte Schwuchtel. Leute, es könnte sein, dass ich gleich irgendwas hier aus der Sound-Datei rausschneiden muss, wenn hier gleich vielleicht eigentlich jemand in mein Zimmer reinstürmt. Ich bin jetzt schon so wie so ein Emo hier drin, ja? Ich hab Jalousien runter, Fenster zu, wie so ein richtig, äh, hier, also dieses G-Max-Geschicht. Bei mir ist es fändiger Aufzug, aber Licht ist nur auf. Ja. Bei mir ist es jetzt gerade hier ganz dunkel. Also ich mag es eher beim Zocken, wenn es dunkel ist, weil es gefällt mir einfach mehr. Boah, aua. Trockendock, trockendock hier. Au. Ähm. Auf dem Dach ist ein Sniper. Hier auf dem Dach? Nee, bei B. Bei B. Okay, ich hab die Scheiben da oben zerschossen. Wer könnte da runterfallen? Das ist wahrscheinlich. Sehe nicht, ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Okay, reparieren halt. Gut. Der war gerade auf dem Dach. Oh, da hat einer mal eine Deckung übergeschossen. Ach, da... Verarschen, ey. So. So. Die war da einer bei mir. Der Typ ist also immer noch auf dem Dach, ne? Okay. Ja, jetzt ist er nicht mehr auf dem Dach. Oh, da ist er nicht mehr auf dem Dach. Oh, da ist er nicht mehr auf dem Dach. Oh, da ist er nicht mehr auf dem Dach. Ich glaube, da hätte er schon ein, zwei Kills gerissen. Hier und da? Das Beste war ein Freund, ähm, wo man mit dem Roller erwischt, der natürlich auch gemotzt wurde. Von der Polizei. Und der fuhr halt natürlich dann 140 und der Polizist so, äh, sag mal, geht's dir noch gut? Was soll denn das? Und er so übelst dreist. Ja, was ist denn daran so schlimm? Fährt er halt 1, 2 kmh schneller? Alter, wie dreist. Das Teil fuhr doch nicht 1, 2 kmh schneller. Doch. Na ja, die haben mir den Roller weggenommen, der Lappen ist weg und der darf erst mit 21 einen Führerschein machen. Ja, das ist natürlich ganz schön bitter. Mich so generell interessiert der Rollerführerschein, ist er gar nicht so, kann er so länger warten, dass ich toll, ich spawn bei dir und werde gemessert, da kann ich er länger packen. Ja, jetzt hinter mir, jetzt hinter mir, ach, da, aber. Ja, kann ich gerade auf ihn ziehen, da eh bin ich schon kaputt. Ich warte dann lieber länger und mach dann meinen Führerschein. 1186 A2 wieder. Ah, die alte Bauernnote, die er... Bauernnote? So hat er ja auch nicht mehr gehört. Was war dasинende? Oh, jawoll. Ja, jawoll. Was hat er denn vor? Was hat er denn vor? Ach, dahinten, da, halt, neutralisiert. Schießt da einmal druckst, ja. Nee, auf mich schießt da gar nichts. Siehst du da hin nicht? jawohl a eingenommen ich laufe mal todes mutig jetzt sein durch die pfützen wo seid ihr denn du und todes mutig er schießt dann auch du und todes mutig wo war ja guck wieder sniper wieder sniper ist eine alte schwuchtel das war jetzt nicht diskriminierend doch nur den sondern auch zu denen wehe du fährst los ich setze zurück und dann wird sie nach vorn und dann soll sie zurück warte mal da bleib stehen da kommt jetzt ein fahrzeug wieder hier rein oder ne fährt kommt keiner kann es weiterfahren ihr bleibt doch drin ich komme gar nicht raus wie hast du den geparkt wie hast du den geparkt soll ich fahren ne du machst ja noch mehr kaputt warte da kommt ein gegner ja gut ach da ich seh einen oh jetzt seh ich ihn nicht mehr oh da schießt was auf mich ja ein sniper wahrscheinlich ich hab's raus geschafft ja dann warte ich will einschweigen also gut wie ey warte da sind gegner ich komm mein block mein block hier sind gegner in den zwischen dem blick zwischen den balken ach da oben da oben da oben da oben da oben ist der sniper sieh ihn sieh ihn sieh ihn wo da oben auf den ähm genau da ich seh ich geh erstmal einen schönen headshot jawoll ich hab Hilfe bei der ausschaltung gemacht wie viel 50 ach hast du ihn getroffen schon ein paar mal ja klar dann ist er gut ich hätt ihn immer auf den kopf gezielt aber nix nix hab ich überhaupt schon kill gehabt da hat er will von der seite ey arschloch jawohl jawohl renn weg renn weg hinter mir her ja ich komm her rennt schnell da kommt ich komm her da kommt ein äh LAV das ist ein leichter panzer leicht würde ich nicht sagen der hat schon was drauf hier sind ganz schön viele min okay wir nehmen B ein ok ich muss aber dabei aufpassen dass das oh da kommt einer da kommt einer von der seite die alte schwuchte ja komm her du alte schwuchte hier medic ausgeschaltet dein leben sollte sich regenerieren oder wie das ausgeschwungen wird ja wir sind deutsch-experten wenn das ausfällt ich möchte rein jawohl flaggen aber flaggen warte wo sind denn die alten schwuchten komm mit wir holen uns jetzt die Prozent A-Flagge wieder zurück mehr hat oh c lieber c c ah es ist wichtig oh hier kommt zwei gegner warte alle eliminiert ach so schein ich kann ja gerade mal drauf schießen da war der schon tot hier ist ja weil du auch ich habe keine verloren brauchst du weiß ich nicht so lauf so ähm leute ja ja oh da haben wir aber kassiert schön ja wieder Heli ey was der spielt euch schon auch wieder mit Maus und Tastatur ja Leute wir sind vorhin auf so zwei Typen gestoßen ey Leute das könnte ich gar nicht vorstellen wie die Heli geflogen sind oh Jim bei den wollte ich auch gar nicht aber man hat richtig gesehen dass der für diese Maus und Tastatur für die PS3 hat wo bist du ich bin hier Leiter ich habe aus Versehen bei einem anderen gespawnt naja kannst ja bei mir jetzt spawnen und die sind perfekt geflogen jawoll hast du ihn gekillt ja Sturmsoldat M320 was war das jetzt irgendwas mit M320 ach der hat sich dann mit dem Tube Noob Tube glaube ich ich weiß es nicht ja wer stand da M320 dann war es ein Noob Tube ne die habe ich gekriegt glaube ich ja ne die habe ich gekriegt warte ich kann ja mal gucken also ich k ja warte ich ja nimm dir lieber einen Defibrillator mit wie mache ich das hier aber Pionier da ist äh ein Gadget habe ich irgendwie RPG irgendwas das ist ähm Raketenwerfer ich weiß aber Gadget ach jetzt weiß ich wie Raketenwerfer genau ach Defibrillator habe ich doch glaube ich schon Gadget 2 habe ich das gut ja immer wenn einer stirbt packst du das aus und ähm wiederbelebst den das ist rechte Maustaste drücken Maustaste? rechte Pfeiltaste drückst du dann dann kannst du den ähm hab ich jetzt durcheinander gemacht so seht ihr den Typen an der wieder fliegt boah au au trockendock jawoll wiederbeleb den einen hinter dir wo 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 also immer wenn er dieses komische Pulszeichen ist kennst du ja wenn du an so Apparaten bist ne seh keinen er ist nicht mehr da glaube ich hier war eines von euch wie so ein Pulszeichen dann immer wiederbeleben dann kriegst du nämlich 100 Punkte und wenn du das dauerhaft machst bekommst du scheiß viele Punkte dann bleibe ich mal in deiner Nähe ähm ich bin anwesend hehehehe hallo hallo so wo sind die Helikopters jawoll lang Eroberung schau mal da ist ein Helikopter ah da seh ich dich ich bleib mal in deiner Nähe kann ich dich vielleicht wiederbeleben hm ich folge dir einfach mal still und leise hm mach das und ich bin und ich bin hehehe du bist ins Wasser gefallen nein ne ich wollte da rüberspringen und dann bin ich die Leiter runter gesprungen ich dachte jetzt hier wären die weil die hier abgestürzt sind sind sie aber nicht oh heißt es wieder zurück werden lalalala ah da ist einer mit dem Panzer hier gewesen glaube ich ja das war einer von uns der dachte auch dass die da eigentlich runter gefallen sind ja der soll nicht denken der soll nachdenken Achtung das Einsatzziel wurde neutralisiert so jetzt habe ich den so wir sind jetzt gleich sind wir in Führung ähm ganz knappe ganz knappe sache grad Achtung das Einsatzziel wurde boah guck mal auf die Punkte das ist knapp also wir könnten jetzt noch die Führung ergreifen knapp 60 Punkte knapp das geht sehr schnell unternehmen wenn du mal welche abschießen würde kommen die zwei die werde ich mir schnappen also Leute ich habe gerade geile zähne gesehen wo das zwei kamen und ich jatatatatatatatatata ja ja nee ist klar hat einer hier einen Bummen gebaut Hilfe 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 hey here den könntest du wiederbeleben ich belebe ihn wieder hoch hier unter dem wagen habe ich habe ich ist der tötter wiederbelebt ne es ging nicht war zu spät probiert einfach mal probiert einfach hier an mir aus hier hinter dir ich bin tot persönlich und jetzt da ist dieses pulszeichen wo wiederbelebt mich und dann auf mich damit kannst du auch leute töten aber das ist etwas schwer da ich letztes mit timo hinbekommen ein damit da muss er aber richtig nubig sein der ist von mir weg gerannt weil er keine munition mehr hatte wie geht denn das der hat seine ganze muni verballert das ist aber ganz schön schlecht und ein tipp halte ich fern vom feuer also von dir aber schießt denn da wo auch entfändigt wer ich möchte mich selber so ich komme um da wird weiß man leute wiederbelebt brauche ich mir keine Sorgen mehr machen jawohl er belebt ja glaube ich hat 100 punkte gerade für was bekommen und erzählen mehr gut die sind dahinten wo auch meine guckt euch das an wie ich den krieg ich sehe das nicht ich sehe das nicht wo hast du dich jetzt schon wieder hängen verpinkelt und da hinten sind zwei Heckenfänger siehst du ne jetzt sind sie tot wer läuft denn vor mir und wir haben die Gegner eingeholt die sind jetzt wieder in Flucht habt ihr doch gesagt das geht ganz schnell ja weil ich auch so wieder tagkräftig geholfen habe wir beide dominieren das Schlachtfeld mehr ein wenig lang die karte 2000 er hat ja gerade gesehen einfach mal zack die zwei Gegner weggehauen ich habe er seinen Gegner weggehauen benutzt du dir auch noch die karte 2008 2 ja weil es doch die beste Waffe von mir hier ist ich glaube wenn auch wenn man dafür einen rotpunkt wie sie freischaltet und dann auch noch ein Griff oh da hinten ist ein Jeep den holen wir uns mal ich bin schneller ich bin schneller ich bin schneller zu fahren er klappt das Rührerschein da wie so du kannst auch jetzt mehr drei drücken die externe ansicht und die internen sich und selber entscheiden wie ein so ich externes hat auch intern wie ein GTA oder so und in Wasser wollten wir glaube ich nicht fahren ich war ganz toll du hast ja unten ist ein Weg da brauchst du wir können das auch machen ne ich will aber nach C haben wir alle? sag doch es kann ganz schnell gehen dass wir die Gegner dominieren weil man muss eigentlich im Battlefield ein bisschen taktischer spielen also ja Modern Warfare ist äh bei Modern Warfare also bei Call of Duty ist das einfach nur so dass du da ja irgendwo hinrennst und einen Gegner probierst abzuknallen hier musst du etwas nachdenken ich fahr weiter gerade aus da kommt glaube ich ein Boot da kommt glaube ich ein Boot wo? hallo? er hat drin nicht wiederbelebte war ich wiederbelebte war nicht repariert den Wagen bist du tot? nö oh da ist jemand wo? wo 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 wo? ich hab mein Essen nicht komm jawoll jawoll jetzt bin ich tot weil mich einer überfahren hat der hat uns den Wagen geklaut die alte Schöpfel die alter Heckenpenner der wie hat der das gemacht der? ja weil sie ich ausgestiegen bin oh ich komm nach dir und der hat dich ich wollte ich gerade wiederbeleben deswegen bin ich ausgestiegen ich seh ich seh ihn ich seh ihn ja seh ihn nicht Arschloch komm ich T-Boys lieg ha 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 zu zweit oh da schießt er noch was ich seh kein doppeltes T-Boys ich habe auch noch keiner weißt du was ich jetzt mal ich trinke etwas ganz hart nein ich habe eine abgeschüttung abgeschütteln und dann war ich mir ja wiederbelebt ihn doch wiederbelebt ihn doch jetzt geht's ja wie denn jetzt geht's nicht mehr ah jetzt hast du es gecheckt wie es geht ne weißt du nicht ob ich das habe weil ich versuche es zumindest trocken ach da ist einer da hallo hallo ey wie viel schluckt der wie viel schluckt der rauf hinter ihm her ich gebe dir deckung ja wo bist du ey der hat mich ungenötigt die alte die schluchtel dir wie viel hat der eingesteckt ich hebe deine klasse auf und wiederbelebt dich ja so jetzt lebst du wieder oh wei wie soll ich denn jetzt meine waffe hast du jetzt was kalt weil ich deine aufgerufen habe um dich wieder zu überleben ich liebe die KH2000 jetzt habe ich endlich eine neue waffe gefunden mit der ich mal richtig klar hinter dir wieder hier rum rollt mit der tsp guckte durch warte warte.warte warte 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 Ui So, B-Flagge einnehmen Und ich fuder mir wieder was Die Waffe gut, ich jetzt noch hier Weil ich habe hier wenigstens mal einen Uniten P90? Wie stark So, wo bist du? Komm mit Sauber Arbeit Männer, over hat wie 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 wir schneller beim Rennen weil sie nicht mehr sagt alle zwei die Kunden mal springen so wie ich einfach mal nach einem Meter Guck mal gucken was ich mal recht ja lalala lalala ich komme nicht weiter aber nicht mehr hey soll ich mal fies sein guck mal du siehst ja hier die ganzen Minen das sind die Minen von unseren Teammitgliedern weißt du das ist gar nicht in Vorgaben und jetzt sind die Minen von unseren Teammitgliedern kaputt ja die hübschütte Schäfchen die sind wieder glaube ich die sind bei B wieder zumindest einer auch ich hab mal seine Sniper aufgehoben ja jetzt kann ich die Gegner von ihrer Basis ausweichschnipen alle einsatzziele ach so boah die sind jetzt ja 120 Punkte wie kommen die denn von dahin hier hin was mach ich denn jetzt mal ja nachladen nix so sekundärwaffe ach weil ich hab nur diese Pistole da ist das denn für ne lustig genau die Pistole die ich jetzt hab die kann ich mir auch freischalten äh in diesen hast du dich freigeschaltet schon nee kann ich mir freischalten in diesem Online-Code den ich glücklich hab das tust du kannst auch von hier auf nicht neiten äh wo die WP 90 darüber ballern diese habe ich jetzt schon eingetönt da sind welche dahin wenn BW eingenommen BW eingenommen ja hab ich doch gerade schon gesagt ja hopp ich mit Pistole scheiße kommt warte ich ja ich kann mir kein Muni geben das ist das Problem warte ich hol mir mal ne Klasse einfach mal hier den Typen abzahlen welchen? warte hier ist so ein Typ den Muck zu kippern und so einen einen einer der in unserem Clan ist oder wie? nö ich hab hier so einen Typen gekillt und seine war aufgehoben in unserem Gebiet wurde ein feindliches Sniper gesichtet komm komm ja wo bist du? ich bin jetzt schon bei B glaub ich ja jetzt bin ich bei B ok äh hier oben ist nicht da ist einer da ey lauf doch nicht du weg du alter hinkenferner du ey der ich schwör's dir gleich schmeiß ich in den Controller oder satt hat er satt Leute da seht ihr schon Dominik am ja ne psychisch am ausrasten total ne ne ich glaub er wird sich bald auch das Leben noch nehmen ja da pass auf hinter dir ey alte Schwuchtel von hinten auch noch ist wiederbeleblich ey 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 komm Messer wo bist du? wo bist du? wo bist du? hab ihn gekillt der hat sich gemessen aber die Messeranimation ist von der Hammer wo? wetten Scheiß wenn er so von hinten kommt und dir die Kehle so äh wenn er so von hinten kommt und dir die Kehle so äh wenn er so von hinten kommt und dir hier ins Herzmesser Vorsicht ja ist ja ein Heckenpanner sag ich doch Heckenpanner was war das ein Heckenpanner? was war das ein Heckenpanner? ja das was der gar gemacht hat eine eine der in Hecke und dann da drin sitzt und pupst nein Spaß weiß nicht was ein Heckenpanner ist Google das einfach mach weiter so jung die habt ihr gesehen wie das Boot im Wasser festfusset ey wer schießt mich ab alte alte Sau wieder ja hat ihn Dominik hat ein Kill gemacht ja ein weiter Kill nein dafür T-Beuten wir den ha 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 der wurde vergewaltigt mit so geht hier ja der hat mich einmal abgeschossen und dann hat er kassiert ich glaube Headshots war das glaube ich und aus der Hüfte glaube ich oder? ja mit einem MG kannst du schon etwas lockerer aus der Hüfte ballern wieso habe ich einen MG? äh weil ich hab dich ja ich hab ja deine Klasse aufgehoben und dich wiederbelebt also hast du meine alte Klasse bekommen da weißt du was? weißt du was? die eigenen Minen unseres Team sind oh ja komm wir guck mal nach A ach ich kann hier glaube ich einen reanimieren oder? ne du bist der Muni-Typ dann kannst du ja mal zu mir Muni werfen wer ist zu mir Muni? ne danke okay oh was kann ich denn hier machen? C4 legen mit L1 und mit R1 zündest du das? 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 mit R1 zündest du zündest? C4 ist einsatzbereit schlick hier mal ein bisschen und ich machs kaputt C4 ist angebracht und ich mach mal das hier oh hehehe hehehe ja siehste soweit habt ihr mich schon getrieben hier liegt ne Mine die Mine ist unzerstörbar Mine gibt es nicht mehr wer schießt mich denn? da ist ein feindlicher Panzer den kannst du mit ah ne das ist unser Panzer was schon ist denn feindlicher? feindlicher Elivor in eurem Einsatz ich bin ja wirklich super das merkst aber hm 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 das sieht gut an mir die ganze Zeit was ja naja öff Alter weißt du was ich hier sagen muss? wenn es schon Leute gibt die sich bei so einem Live-Dingen was weiß ich die Palme wählen oder so dann darf ich auch ja sch was Punkte bekommen? mhm krieg ich auch immer das weißt du doch so ja ich fragte ja immer nur wieder ja ähm bald kommt jetzt auch mein neues Headset an hoff ich mal Freunde dann gibt es ähm nein nein bessere Videos von der Stimmqualität her wie findest eigentlich jetzt meine Mikrofonqualität oder nicht? scheiße ja das wollt ich hören geh kaputt geh kaputt geh kaputt wie das ist ein feindlicher Leichtpanzer rück mit äußerster Vorsicht weiter vor komm ich werfe eine Granate da drauf das ist ja kaputt ich bin ziemlich erbärmlich jetzt gerade ja das bist du auch so warte mal ey wie lange nehmen wir eigentlich schon mal auf? du kannst ja mal nachgucken weiß ich nicht ja du kannst das ja schlecht nachgucken wir nehmen jetzt knapp 40 Minuten auf ja das können wir ja in mehrere Teile schneiden muss nicht ich weiß noch nicht muss ich mal gucken wie ich das mache ich lade es hier wahrscheinlich so hoch ähm ja du kannst es ja in zwei Parts schneiden wenn du willst ja muss ich mal gucken äh hast du überhaupt was für die Synchro gemacht? ja deinen Arsch nein den hab ich doch mit dir mitgemacht hast du das nicht gehört? achso ja falls du die Sounddatei brauchst schicke ich dir die dann so das Sound die hab ich doch so die gleiche die ich jetzt auch hab oh da ist ein Jeep jawoll ich hol dich jawoll ja Leute jetzt wirds bisschen langweilig weil wir die Gegner eigentlich komplett dominieren also würde ich sagen ich geh probier mal ich probier mal ein Heli von uns zu holen oder mehr was? wo bist du? wo bist du? wo bist du? hm hier sehe ich der Umfang ne dann komm ne dann rasen wir da runter öh Höh schmack da nicht runter fahren nein du hast gesagt ich sowas runter ach shoo hup 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 hups du oder das? jest ja fahr komm ich habe jetzt was er zu Timo gesagt hat, wenn der das macht bei einem Kollegen von uns, der heißt Timo, wenn wir hupen und er einsteigt, dann ist er eine Haftgeldnote das willst du jetzt dann auch? ich darf das ja du darf das, genau wo muss ich hin? wo muss ich hin? wo muss ich denn hin? immer in der Schnauze nachher müssen wenn du Kreis und R1, also R1 gedrückt und Kreis drückt, dann siehst du auch, ob der Heli da ist oder nicht äh, unser Kreis ach doch ja ich kann fahren ich wollte so fahren du kannst ja externe Antis machen und schön die Landschaft genießen hier so ein paar Strom-Dings-Kirchens ist denn unser Heli draußen? ne unser Heli ist nicht draußen, ich glaub der ist jetzt da ne der wurde genommen so ne Scheiße ja schau doch nicht nein 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 doch 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 ich weiß schon, ich weiß wie ich loswerde ja ja warte ab wir haben auch schon probiert aus knapp 1000 Metern Leute zu steigen ja das hat ganz super geklappt nein nein hast doch was hätt's geklappt beinahe ich hätte ich ja noch nein ey den Panzer nehm ich mit die ganze haben ich glaub da muss man oder was alter immer am schmatzen, genau altes Ferkel hm, hörste, hörst ihr an ich sag nur Hartkett ich sag nur Hartkett natürlich du guck dich mal und du springst für den Zehner mit jemandem in dem Bett in das Bett du gehst für Super ins Auto aaaaah ich darf das auch hier komm mit ins Boot wie gehen die Gegner abfangen wenn die immer mit dem Boot raus wollen ich komme komm schnell da ist ein Boot vor uns vor uns ist ein Boot ja wie denn ich schieß doch lass mich rein hallo ups wir sind auf Land gegangen wir haben ein Boot wir haben ein Boot komm da hinten kommt das nächste Boot schon an das können wir dann abknacken guckt euch an Leute ich hitte den Typen schon fast komm ey die wollen nach B das weiß ich ganz genau dass die nach B wollen komm ey die wollen nach B ich wollte aber dort ankommen werde ich was essen das war klar mhm alte Sau du so damit ihr auch Appetit bekommt ich esse grad einen Punktenschnitzel mit Chili Arschloch was ich aber nicht was ich nicht checke warum das nicht so scharf ist ja weil du kacke weil du kacke das ist nicht gemischt das normalerweise wein ich wenn es scharf ist ich war ganz so weit oh da ist einer auch Ich brauch Ich brauch Mars case du du ne ich brauche Leben ja medic um sich wieder zu überleben bam 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 3 Reanimation Reanimation oder wieалось gesprochen werden Reanimation nein Ich steig da ein ich steig da ein Achso ..mhm ich wurde schon wieder umgenietig noch zu sehen kommen nein 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 der hallo ich hab dich wieder will ich leg c4 auf den wagen ja habe ich ja vor ich drück das doch gedrückt ich hab das sogar in der hand wir spawnen jetzt bei b und dann werfen wir sofort eine granate drauf und platz der arsch sorry das ist ein bisschen schmerz aber ich hab übel lang gepennt nichts mehr ich habe nicht so viel gegessen die tage und noch durchgesucht ist nie gegessen alles drückwurte eigentlich ist du heute den es kommen jetzt so gleich mal nur die runde zu ende von den gläuchten da habe ich dem domeniko seine kills geklaut opo weiter hat es noch nicht nur einjes ne da musste er gut mit der druck ich steige da ein Wir haben ein Boot. Ein wunderschönes Boot. Warte, bitte, 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 bitte. Ich sehe einen, ich sehe dich. Oh, ich sehe dich. Bäm, Panzer. Da ist ein Gegner. Ich sehe einen Gegner. Ja, wo ist der? Da, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Servus. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gekillt. Altes Arsch. Oder sind es Sniper gewesen? Was denkt ihr, Leute? Wie viele Parts werden wir brauchen, damit Dominik das Spiel richtig versteht? Gar keinen. Was schätzt du, wie viele Parts du brauchen wirst, um das so... Ungefähr, also ein Call of Duty hat sich ja recht schnell dran gewöhnt. Ja, das ist auch einfacher. Ja, das ist einfacher. Aber dafür macht hier, wenn du hier strategisch gut spielst, dann hast du auch so ein kleines Siegesgefühl am Ende. Hm. Weißt du was? Guck dir das Boot an, Dominik. Das wird schön paniert und dann jetzt schön gemacht. Du weißt, dass ich nicht mehr da bin. Wo bist du? Ja, das möchtest du jetzt gerne wissen, was? Ich sehe dich. Verfolgen wir ihn mal. Ich bin jetzt etwas leiser, weil ich wieder esse. Mal gucken. Mal gucken. Siebter bin ich immer mit. 3100 Punkten. Ich bin... Hm. Nur vierter? Boah, bist du schlecht. Ah, boah, ich hab 33 Kills und 14 Deaths. Das heißt, das ist noch eine gute 2er KD. Du rechnest... Boah. Boah, bist du schlecht, ja? Du bist richtig. Ah, da bist du nur halt, ja. Hartgeld nur zu tun. Wo ist das auch drin? Genau. Ich schaue jetzt ab, ich haue jetzt ab. Ne, aber ich dich defibrillieren will deswegen auch. Ich komme auch nicht zu, guck mal hier hinter dich, ich komme auch nicht zu. Hey, ich schaue, ich schaue ab, ich schaue ab. Boah, noch 200... Soll ich 3,270 sagen. Leute. Stimmt ja auch schon. Das denkst du, krieg ich den Arsch? Nee. Egal wie viel du abkürzt. Nein! Doch. Bin hängen geblieben. Jawoll. Weißt du was? Demnächst kannst du mal mit mir Pisa spielen. Ich weiß ja wie gut du da dran bist. Ja, 4-0 sag ich mal. Ja, für mich. Ich riskier's. Ich hab ihn! Hast du nicht, hast du nicht. Hast du nicht? Nein! 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 Wenn ich nicht überholt habe, hab ich dich. Scheißes Arsch benutzt mir selbst. Trink dir nicht überklärt auf! Nein! Das ist scheiße! Das ist wirklich schnell! So! Ne, ich bin ein bisschen schneller, weil ich nämlich abkürze. Arsch, bleib stehen! Nein! Gleich hab ich ihn überholt. Ich hab nicht gehabt, ich hatte nicht, ich hatte nicht, ich hatte nicht, ich hatte scheiße! Ja, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Wo sind wir hier überhaupt? Hallo! Wir holen uns den Helikopter. Der schon in der Luft ist. Wir können aber auf die Warten gehen, also komm. Huck dir diese Straße an. Überleg mal, diese Map, diese Karte im Dunkeln. Denkst du, das würde geil aussehen mit der Straße dann hier so? Nein! So ein Nachtkampf. So hier, host dich, Meli. Alter, kennst du dich ja ein bisschen drauf? Dann steht hier Timo hier so auf dem Strich hier so und dann so. Hallo! Schaut der so. Hallo! Du musst hoch und schnell reinkommen. Nee! Uh! Hier! Ja Leute, das ist einfach jetzt nur so ein Fun-Pfad, wie man merkt. Ich hab ja nicht mal richtig ernst gespielt mit ihm. Hm. Ja, wenn ich ernst spiele, zieh ich nicht, sag ich auch so. Nein, wenn ich ernst spiele, dann zieh ich blank. Ja, genau. Sag ich jetzt. So wie bei GTA immer. Dann zieh ich blank. Dann zieh ich die Boxer. Ja. So, jetzt warten wir hier auf den Helikopter, der hier gleich spawnt. Warte, ich... Okay. Ja. Dominik, was hältst du eigentlich von viereckigen Äpfel? Wär, wär's geil, wenn's die geben würde. Die hast du doch schon erfunden. Oh, mal echt, das könnte man doch irgendwie hinkriegen, sowas, ne? Ja. Weiß ich nicht, ob das gehen würde. Doch. Ey, du hast was auf dem Rücken. Soll ich dir das mal wegmachen? Tsch, war das Bestes. Ey, du hast einen Fleck auf dem Gesicht. Bumm. Jetzt ist sie weg. Dominik, du hast da was mit dem Gesicht. Bam. Es war Schmerz. Ich bin Max Schmerz. Wie sieht das bei dir aus, wenn ich da rumrenne? Musst du dich noch ins Spielgang gucken. So sieht das dann aus. Ey, wo ist denn der Heli? Hallo? Ey, die wollen auch hier hin, die alten Schwuchteln. Weg. Verbiss dich. Geh weg, geh weg. Soll ich den mal umbringen? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Der kommt, fahr. Fahr. Geht nicht. Oh, dann darf ich fahren. Papa, rückwärts. Das geht nicht. Das war der Hammer, Junge. Wie fährst du denn? Das ist doch so, dann können wir bald alle nach Hause. Ich fliege. Ah, Eli, 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 Eli. Ich hab ihn. Ich hab sein... Kommt hoch. Ja, ich komm ja. Ich hab sein Helikopter geklaut. Er wollte den fliegen. Guck, wie ist denn raus? So, Leute. Jetzt wird's lustig. Was hast du denn? Boah. Von Admin ausgeschaltet. Okay, Leute. Ihr seht. Der Admin hat mich gekillt, weil ich den Helikopter genommen hab. Soll ich ihn... Soll ich jetzt diesen Server melden? Kann man ja. Über Battlelog. Ja, mach. Mach. Was? Der hat mich ins Gegner-Team getan. Ja? Ja. Wächst aber wieder. Ja, mach. Dann schmeiß er dich wieder vor. Was soll denn der Scheiß? Dass er mich einfach hier rüber tut. Ey, kann ich nicht fliegen? Ey, wer fliegt denn hier jetzt? Ach, bist du jetzt hier drin? Ich bin wieder bei dir. Gott. Was ist das für eine Schwuchtel, ey? Wie fliegt der denn? Der fliegt gut. Weil, ist bestimmt der Host hier. Ne, das ist der Admin. Ich hab dir doch gesagt, man kann sich den Server kaufen. Habt man gesichtet. Ja, oder so. Ihr sehn keine, siehst du das nicht? Klar. Ich seh hier keinen. Ah, da. Ja, dann flieg auch dahin, dass wir auch dahin können, du Borge. Ne, der macht das schon gut so. Ja, auf die Seite kann ich nicht. Nein, 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 nein. Schön. Ich will wohl dein Leben. Komm, wir, in den letzten Momenten bleiben wir zusammen. Was ist das für ein scheiß Admin, ey? Der richtige Pech. Ich geb dir gleich Pech. Das ist wohl provokant, wenn da Pech steht, boah. Wo geh ich denn jetzt mal hin? Richtig fies wär's, wenn da steht, tja, Pech gehabt. Soll ich mal was dir schreiben? Boah, das wär ja krass fies, wenn da steht, tja, Pech gehabt. Ich bin jetzt bei dir wieder gesparen. Wir holen uns jetzt auch den Heli wieder. Ich fahr, ich fahr. Ich fahr schneller als du und ich fahr besser. Tutut, kommst du? Drei, zwei. Oh, wir müssen Gas geben. Hallo. Iiiiih, du hast... Iiiiih. Was? Was? Das ist weg. Geil. Guck mal, wo das weg ist, was ich denn hier bin. Geil. Dominik, du rufst die Angstgeschütze. Da ist der feindliche Heli direkt über unserer Basis. Ich seh nicht. Links. Ja, links ist hier. Links. Bin ich auf links? Echt? Bin ich auf linken? ach, schweiß Reiner ab weiter hoch komm ich nicht Biss ich bloß Schieß Schieß um dein Schieß Ich steig mal lieber aus Ren, renn, renn, renn ne ich habe ihn abgeknallt hier ist noch ein Geschirr, hier ist noch ein Fahrzeug, komm ich seh dich nicht, ich seh dich, ah da der ist ausgestiegen, der ist ausgestiegen na jetzt ist er wieder hoch in der Lüfte gegangen hat bestimmt repariert die alte Schwung ja, aber ich habe ihn da drinnen getötet da war noch einer, ein Beifahrer mit, den habe ich getötet, kommst du? ja, wir stürzen uns wieder ins Gefecht wir stürzen uns ins Gefecht mhm warte schlafe ich ein wir verlieren wieder ja, aber guck mal ob die Punkte, als ob die das aufholen können das hast du aber gesagt, ganz schnell aber nicht wenn wir es knapp 800 Punkte Vorsprung haben ach, 800 ist doch gar nix nee, gar nix das sind knapp 700, ob unser LKW ist tot biep biep oh guck mal wieder hey hallo ich habe ihn noch auf ihn geschossen das passiert, wenn du am Rand stehst, ne hier sind nicht umsonst Gleise ne uff black attack rüben habe ich so, die haben B eingenommen also Attacke da ist ein ja, B ist grad nicht hier ja, jetzt ist noch niemand guck mal, ich drifte um um B um in die Luft zu fliegen um in die Luft zu fliegen so, gehört alles zur Taktik ich will ihn erstmal so psychisch so hoch bringen dass er denkt ah, ne Mine hat uns in die Luft gejagt da gehört bei mir alles zur Taktik mhm, merkt ich möchte, dass er sich so freut ja, wir können die Runde noch gewinnen aber dann gibt's Stress eher oh, ich bin bei der Basis ah, da oben ist wieder ein Sniper drauf ich komm mit dem Heli wenn einer hier ist ich bin mal gespannt hallo ne, ich bin ja ganz falsch, oder? ne, wo ist denn müsste nicht hier irgendwo der Heli gleich spawnen aber hier sind Autos nehm ich den nehm ich den Panzer mal da bist du, da bist du ich seh dich, ich seh dich laut erstmal alles in Schutt und Asche hier legen oh, L3 drücken für Boost ja, dann was ich nicht check war seit wann hat ein Panzer nie vor nein also Leute ach, wenn ihr wüsst ja bleibt mal stehen, stehen bleiben da bleibt doch stehen, da ist ein Sniper wieder auf dem komischen Platz von vorhin Dominik bleibt stehen da ist der Pferd da ist der Pferd da ist der Sniper wieder du kannst ihn noch abknallen, du Lappeln ich weiß auch wenn ich von hier schieße da wo ich hinschieße ich weiß auch wenn ich von hier schieße ein feindlicher Hilfe in eurem Gebiet gesichtet drückt mit äußerster Vorsicht weiter vor wer schießt denn auf mich? ich hab ihn gefehlt weiter geht ah, ich hab aber Hilfe ja, das war gut ach, hast ihn getroffen A wird eingenommen fahr zurück nach A ja, wo war denn? du willst den Führerschein machen, ey, da kannst du weiter tollen ich war ja auch weiter ne, die haben C die haben C ok, jetzt sind sie wieder bei A ich glaub die gehen jetzt nach B oder? ja, bei B ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen bleib stehen und bleib stehen ja, bin ich doch stehen am Leben so, jetzt geht ein bisschen hast du den Gas? nein nein nein, nein, nein 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 langsam fahren, sodass ich den noch überweg zu halten ok kann es durchrasen jetzt hätte ich wieder runter ich glaub ich hab mich für eine kurze Zeit ganz auf schön nein oh, meine Panzerwissen macht nix, wir gehen mit unserem Panzer runter ich fahr ihn weiter ja rudern auch nicht hehehe bist du tot? bist du tot? ja, kannst mich ja wieder nehmen warte ja schaffst du sie Dominik und die das Problem und Leute, man redet nicht mit dem offenen Mund ne, mit vollem Mund doch au außer ihr seid Jackie-Chan dann dürft ihr das der Mann darf nämlich alles noch ein Kill, noch ein Kill, jaa jawoll endlich eine Stunde, zwei Minuten Leute wir hoffen euch hat das Gameplay gefallen ja mit meinen ich bin Sechster geworden, geil mit zwei Kills ist Dominik Sechster und wir zeigen euch mal jetzt noch diese ganzen Erronenschaften die ich zum Beispiel bekommen hab oder ja jawoll könnt ihr euch mal reinziehen first class bald Mustertan genau zum Ende bin ich auch mit dem Essen fertig geworden fast Doctag hab ich gekriegt so 13.000 EP Turmsoldat in seiner 3 320 Saison wir hoffen euch hat das Gameplay gefallen und bis zum nächsten Mal euer Dennis ciao ja Dominik und wir hatten vergessen er wollte ja noch sagen wie er Battlefeeds zum Ende findet ja Dominik ich hab dich jetzt einfach dann wieder mal angerufen jetzt sag mal wie findest du Battlefeeds zum Ende hin was soll ich das denn jetzt schon sagen ja so für den ach ja ich hab ja ah ja ich hatte vergessen das jetzt mit aufzunehmen und deswegen hab ich dich nochmal deswegen angerufen Spannend ja denkst du wenn du das länger mit uns zockst dass das dass du dann auch wieder rein findest da rein ja kann schon sein ja ok ähm ja kannst du dich mal verabschieden ne leck mich kannst du kleine Werbung machen warum jetzt schreit der so gleich abonniert mich ne die wissen selber was sie tun sollen jo hast du Geld gegeben schon ne mhm ne das ist wirklich so wenn sie mich mögen können soll ich abonnieren mich das also Leute nochmals haut da rein tschau ja 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 ja